Moin ihr Freunde von leckeren Römer Topf Rezepten. Ich habe heute ein One-Pot Rezept für euch und zwar Nudeln mit getrockneten Tomaten und Hähnchen. Diese One-Pot Nudeln bereite ich in einem ganz besonderen Römer Topf zu und zwar gibt es jetzt einen kleinen Römer Topf in blau, den seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Und so schnell kocht man diese One-Pot-Nudeln in diesem Römer-Topf und das ist das wunderschöne neue Blau. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren erzählen, wie euch diese neue Farbe gefällt.